Ich habe eine ältere Gärne, das entsprechende Benehmen einer älteren Gärne. Sehr zürich, ne? Ja, die hat unglaublich viel Richte verloren. Ein weiches, frisches Fell. Sobald man so jetzt sehen kann, das kann ich noch mal ein Jahr raus, das muss ja so. Also, wenn man so über das Fell streicht, man fühlt also jeden Tag einen Einzelnen. Ja. Und der bist du? Abgemaget. Das ist der Likesch. Kennen Sie der Momo? Ich kenne ihn ja. Ja, beziehungsweise, ich sehe ihn ja dann, wenn ich hier bin. Sagen Sie das? Ja, das ist halt ein Lummer Kater. Also, das ist ein Lummer Kater. Was jetzt, in der Zeit, wo ich dann immer wirklich hier bin. Ich habe ihn jetzt also noch nicht gesehen. Das ist ein Lummer Kater. Ja, das ist ein Lummer Kater. Das ist ein Lummer Kater. Untertitelung des ZDF, 2020